Jetzt klappt es langsam schon viel besser. Gefräßige Stille. Oh, du hast mit der Pfote reingedappt. Er kommt ein wenig. Von den gelten hier. Ich habe dich immer nicht aufgerufen. Ich seh das jetzt nicht aufgerfen, geht es zu werden und zu nehmen. Aber jetzt ist es relativ, aber ich bin, Ich habe zwei Schritte, Ich habe zwei Patienten rüber. Ich habe sie die Pfote reingest,